hallo und herzlich willkommen zurück zu justin weck and the big time hack ja in der letzten folge haben wir nicht allzu viel hier machen können hängen jetzt auch gerade so ein bisschen fest ich hoffe dass ich das jetzt heute ja gibt also wir wollten mit claude noch mal alles tatsächlich durchgucken können wir nur zu machen vielleicht finden wir noch irgendwas kann der das ist nur noch eis drin aber vielleicht kann man das irgendwie dreckig machen oder so people have no sense of adventure also wir haben eine rolle klebeband wir haben druckerpatrone wir haben gedicht und nein nein oder das ist eine interessante idee aber die pixeln ich bin so dämlich bring mich an die spitze nein wir wollen ja erst mal auf die unterste bottom floor please bottom floor it is but first let's just make sure you truly are an employee here at mediocre it using a rather limited number of pixels it seems hmm so i guess that's a face ah whatever scruff boy enjoy your ride oh and by the way someone is on their way up someone heavy oh and metallic heavy metallic not sure i like the sound of that ach du scherzer okay sure that caveman should be here somewhere i'm gonna park my kabocha right here until he shows at which point things will get a real dark and twist it and twist it äh dark twisted crikey ja und jetzt ähm äh hilfe notruf ach so notruf moment das könnten wir mal probieren ob wir den da irgendwie oh gott this is the pythonic robotics hotline as seen on a smash it show agent ruthless no less defekte einheit notruf i need to send out a general distress message so what's up ah urmensch in der innenstadt gesichtet okay die neue folge von agent gnadenlos ist jetzt zum streamen verfügbar urmensch in der innenstadt gesichtet wir wollen ja in die innenstadt wenn ich das richtig verstanden habe na wir wollen ja irgendwie in die stadt gehen äh das wäre vielleicht nicht so günstig mal gucken was er dazu sagt neue episode of agent ruthless now available for streaming juicy i'll transmit the message immediately und was bringt uns jetzt new episode well i'm not usually want to leave my post but maybe i'll just have a quick look like an in and out kind of thing hey lift thingy yeah open up before i get all dark and twisted on your wiring easy tiger i was actually hoping for a little more civility ai to ai i mean my wish disposal protocol alone run circles around your very primary matrix whatever tough guy oh i just know it's gonna be a good episode power up errungenschaft freigeschaltet ja dann würde ich sagen nichts wie weg mit claude haben wir hier hier hatten wir alles angeguckt ne hier hatten wir wegen dem speicherdrucker was war denn das hier nochmal you're standing in a hall you hear a kind of scary noise to the west there are footsteps approaching from the north äh wer ist denn there's a chicken in here okay we sprechen mit halt chicken chicken are you the slayer of this here egg layer you alas i lack the knowledge of self chicken then peck you to death is what i shall do your quest is over äh okay okay das wollen wir jetzt noch machen you hear a kind of scary noise to the west there are footsteps approaching from the north wir gehen jetzt äh ne moment im westen was ist denn i you are carrying nothing but your memories a heavy load to be sure if only you could make some sense of it all there has to be a reason for all this okay dann gehen wir jetzt noch norden you bump into a troll oh and he bumps into you ups that is to say you bump into each other that is you and the troll that is ähm ja wenn ich jetzt wieder nach süden rausgehe ich bekämpfe den jetzt mal as you hit the troll a great mirror cracks in front of you it seems you were the troll all alone na those footprints were nothing but your overactive troll imagination here are ten points by the way there is a cracked mirror on the floor wie geil und ich hab sogar ne aeronischer freigeschaltet hebe den zerbrochenen Spiegel auf oh no troll blood everywhere your quest is over ey jetzt wo es gerade lustig wurde okay dann versuchen wir mal ob wir den Aufzug jetzt nutzen können ja das mit den Pixeln da hab ich ja so gar nicht dran gedacht selbst als der Hinweis kam hab ich da nicht mehr dran gedacht ich bin so ein Idiot Laden an der Ecke gehen wir da mal als erstes rein oh ich wollte gerade sagen hau ab okay dann gehen wir mal woanders hin äh da können wir eine Gasse rein was ist das hier hm es redet hab ich gesehen mein caveman buddy wir sind große Chums wenn so bitte report zu QT40 nicht präsent QT du find mich in der corner shop im Laden an der Ecke ist wahrscheinlich da wo wir jetzt gerade her kamen das kommt uns doch so bekannt vor Klack reads Boldrus Romanticus the oldest romantic stone carving known to man its origin remains a mystery to this day ähm ja hier können wir nichts mehr machen da ist noch ein Park gehen wir mal da rein ah ok da können wir noch was eine Blume warum pflücken wir eigentlich überall Blumen ok aber zumindest ah Moment also wenn man was in die Erde eingraben könnte ich weiß nicht ob es etwas da ist ja ich brauche etwas zu schrauben ja die Schaufel mein Freund hat aber der andere gerade ähm das ist aber an sich dann kommen wir hier wahrscheinlich auch nicht weiter das ist gar nicht so schlecht gemacht das ist tatsächlich äh ich bin mit dem ok also anscheinend habe ich nur einen genommen jetzt gucke ich mal hier damit ich auch nichts vergesse Dr. Fashion kommen wir denn trotzdem da rein hi aha was ist denn meine Farbe well I say what have we here hi friend I'm Clute that rawness that ruggedness my friend I see in you pure untamed potential potential having or showing the capacity to develop into something in the future yeah quite develop into what though ok I tell you what you my good man are a diamond in the rough behind that utterly crude facade there is a top tier douchebag just waiting to get out aber ich mag meine krude fassade ähm ein hipster hm die lassen wir ihn raus ein douchebag wie lassen wir ihn raus lassen wir ihn raus indem wir ihn die vollen douchebag machen was ist das naja wir schauen wir brauchen drei Dinge oh ich habe das komplett gesehen was sind sie ich write dem in mein notebook well first we're gonna have to do something about those clothes yours you're gonna need a proper lumberjack style shirt my delicate sensibilities tell me that red is a colour of your inner douche bag unfortunately I'm all out of red checkered shirts at the moment so you're gonna have to find one elsewhere ok then what secondly you're gonna need some matching spectacles glasses my friend a pair of red glasses ok and then we're gonna give you a cut and a shave which is not exactly for free lastly you must bring me yes one big bunch of monies one big bunch of monies I see yeah come back when you have those three things and me and my barber will sort you out we'll bring that sophisticated douchebag out for the whole world to admire okie dokie okie also ein rotes holzfällerhemd und ein rotes achso ich wollte noch mal eben gucken ob man noch kann man das irgendwie klauen wow barber stuff ja ja kann man mach einfach sorry 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 kann man mit ihm noch sprechen ok ist nicht schlimm dann gucken wir erstmal ja sorry what's that good luck with opening your barbershop business I mean you've got to have a good reason for pinching all my barber stuff right ah well yes I promise to make the most of them hmm but now running with scissors I won't nicht mit der schererin das ist ein sehr guter hinweis gut also wir haben eine schere einen spiegel und haarspray ob uns das jetzt was bringt weiß ich nicht nein kommst du jetzt mal da raus ich wollte dass du das bei dir anlässt content is flammable no really we aren't kidding ah moment ist flammbar und theoretischerweise allerdings weiß ich nicht ob ich damit graben kann doch doch mit der schere ach man jetzt habe ich gedacht ich habe hier einen geistesblitz der braucht doch bestimmt dieses entflammbare zeugs in der vergangenheit ach so andererseits ja ist natürlich auch schwachsinn ich kann wahrscheinlich nur aus der vergangenheit was in die zukunft holen äh ne falschrum da wollten wir hin und nicht umgekehrt dass so später keine probleme verursachen wird Das ist schön. Was ist denn mit dem Liebesbrief? Kann man das hier... Sorry, aber nein. Vielleicht Julia und Jonas? Da kann man nur gucken. Springbrunnen. Ja, dann nehmen die. Oh, du hast doch... Moment, Beutel? Du sollst es doch nicht reinwerfen, du sollst das Geld da rausholen. Junge, ganz ehrlich. In der Nähe. Okay, heißt das, dass wir sie auch irgendwann noch spielen können? Das wäre natürlich cool. Äh, Protect Janek. Ein robustes Tape. Okay. Ich denke mal, das hat was zu bedeuten, dass das robust ist. Äh, Buds, Blues, Bunch und No Life Till Leather. Ich nehme mal... First of all, who's your A&R? A mountain climber who plays an electric guitar? Yep, a Stone Cold Classic. Right there. Okay. Interesting choice. I've never seen anyone pick that one up before. It's just some old blues band that no one seems to have heard of. You can keep that one if you want to. Thanks. We're fresh out of cassette players, though. So, the last one to this old timer, not too long ago. I know, I know. Gigadeath are totally the better band. Everyone would agree. If only they took the time to compare the whole discography. That's just a fact. Okay. Ja, zumindest das eine konnten wir schon mal... Hier, Transporttasche. So, that pet carrier. Real beauty, am I right? Well, there's an awful lot of cat hair on it. Yeah, if you want to be picky. Hard to get it off, though. But I'll tell you what. I'll let it go for... One small bunch of money! Sorry, got a little carried away there. I'll think about it. Yeah, vor allen Dingen musst du erstmal Geld bekommen. I like how it's pointing upwards. Very inspiring. That pointy finger thingy. Keep talking! I might be willing to take it off your hands. Oh, I'm sure you would. That thing is in mint condition, though. And it can be yours, provided you give me... One medium-sized bunch of money! Oh, sorry. Got a bit carried away again. I'll think about it. Ja, Videokassetten. Hmm, there's a lot of old videotapes here. Thanks for showing interest in those old things. It's not easy to move those things these days. Ja, vor allen Dingen findet man auch sehr schlecht noch Videorekorder. Twin Peaks, Staffel 1. Drop it right now. There's no way I'm letting that one go. Warum? Ähm, Suspiria. A stone-cold-classic. Kind of creepy, to be honest. That thing is no longer playable. Okay. Van Halen. Live without a fret. Ein Live-Konzert. Oh, rest in peace, Eddie. Master of guitar tapping. That tape is actually still in working condition. Ich glaub, dir hat er sich jetzt gerade eingesteckt. Die unglaubliche Reise in einen verrückten Flugzeug mit Leslie Nielsen in der Hauptrolle. This guy named Andre used to be in here all the time. Okay, dann haben wir hier noch einen Fernseher, soll das sein? Okay. Ah, Moment, Video? Ja. Das ist eine VHS-Kassette. Stand ja Video, ne? Okay, das Tape ist in der VCR. Ich kann nicht den Power-Button finden, und ich sehe keine Motorräder. Ja, aber das muss doch irgendwie gehen. Es liet, Genuine Jacobis. Es ist endlich Zeit, die Vergangenheit zu lösen. Followed by a short essay on the Reliability of these Shovels. Okay. Ja, ja, aber wie kriegen wir den zum Laufen? Das ist die Frage. Hey, that's a genuine Jacobis. Aber die bräuchten wir nämlich mal an, damit wir auch was ausgraben können. Es liet, Dayla's Hint-Service. Call for help. Ich glaube, sie ist ein Puzzle-Master. Ach, das ist die eine, ne? Okay. 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 Ja, was anderes kann man hier nicht machen. Ich hätte aber gerne jetzt die Videokassette zurück, ehrlich gesagt. Hier ist sonst auch nichts mehr. Kann ich denn so nochmal mit ihm sprechen? Und was ist das hier für ein Ort? Das ist ein Porn-Shop, nicht wahr? Also ich kann dir Dinge für Geld verkaufen. Ja, und du kannst auch Dinge kaufen. Begemerkt, wenn ich immer über das Geschäft spreche, werde ich ein bisschen weggezogen werden. Und manchmal starten meine Arme ein bisschen umgekehrt. Notiert. Ich will nicht sagen, dass du eine Menge Müll hast, aber... Ich will nicht sagen, dass du hier ein wenig Müll hast, aber... Well, I'm grateful for that. These are all precious items, looking for new owners. There's really no such thing as junk, you know? Apart from what elephants keep in their trunk, of course. Yeah, that makes total sense. That trunk thing you just said. Sagen wir, man braucht einen großen Haufen Moneten. Sagen wir, man braucht einen großen Haufen Moneten. Yeah? Für einen großen Haufen? Du musst mir etwas, das wirklich sehr schäuert looking. Ja, und was? Danke fürs Gespräch erstmal. Keine Worte. Willkommen zu stoppen, irgendwann. Hm, Haspray vielleicht? Interessant item. Though not very expensive looking. Hm. Not very expensive looking, though, is it? Keine Ahnung. Vielleicht die Blume? Interessant item. Though not very expensive looking. Ähm, Kassette? Also ich vermute tatsächlich, ich muss irgendwas aus der Vergangenheit da rein machen, was ich dann hier verkaufen kann für viel Geld. Not very expensive looking, though, is it? Die Frage ist natürlich, was hätten wir dafür da? Also wir können mal eben... Boah, ein Kitten. Hat man diesen Becher irgendwie vielleicht da rein? Oder den Raumanzug oder so? Ich weiß es ja nicht. Die Blume vielleicht. Ähm. Äh, nee. Das dachte ich eigentlich, ich wäre hier richtig. War ich aber nicht. So. Das Ding steht ja immer noch da. So. Ähm. Vielleicht. Das Muschelhorn. Dann halt nicht. Den Raumanzug? Nah. Haugummi? Das Handy ist eigentlich ziemlich teuer, ne? Let's try something else. Na gut, der Stein ist nicht, also der Fels ist nicht teuer. Hilf, Notiz, Aufgaben, Heft, das sind natürlich Sachen, die kann ich nicht reintun. Let's try something else. I don't think water is going to do it, to be honest. The soil needs a real do over. Äh, das heißt, ich muss da jetzt... Let's try something else. Den Kaffee reintun? Moment. Das probieren wir jetzt noch aus in der Folge. Ob ich mir überhaupt nochmal Kaffee holen kann. Und wenn ja, ob das mit Kaffee funktioniert. Äh, nee, Quatsch. So. So. Äh, nee, das war ja gar nicht hier. Moment, das war ja... Quatsch. An der Maschine hier. Ich meine, wenn ich das Ding hier irgendwie kaputt hauen könnte, ne? Den Typen hier. Das wäre natürlich auch was, was sehr teuer wäre. So, probieren wir es jetzt nochmal aus. Kaffee. Trotzdem, irgendwas müssen wir mit dem Harz noch machen. Das geht mir so auf den Senkel, dass ich das noch nicht herausgefunden habe. Äh, nee, das war hier weiter. So. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ach, komm. Ja, aber mit der Schaufel geht's hier nicht. Das Kaninchen kann hier schlicht hier... Let's try something else. Does it seem to work. Nah. Tja. Gehen wir erstmal raus. Haben wir hier noch irgendwas? Können wir hier noch weiter? Ne, ne, ne? Das ist meine Bananenschale. Äh, Moment. Äh, ging es hier noch irgendwie weiter? Da ist noch was? Ein solle Stück. Ich werde es auf der Helle desolat. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Vielleicht ist das sehr wertvoll. Groß, breit und schweizig. Äh. Ja, aber ich muss das ja irgendwie runterkriegen. Sorry, but no. I don't think so. Hm. Let's try something else, shall we? Hm. Pretty evocative stuff. I'm gonna call this one, Metropolis Red, a solemn fanfare. Ach, das ist nur eine Gasse. Hier ist auch nochmal eine Bananenschale. Na, I'm not fooling for that again. Hm. It reads, please report any suspicious caveman activity to QT40. Not pronounced cutie. You'll find me stationed at the corner shop. Ein Laden an der Ecke, also ist der immer noch da. Poetry Slam. Nice. Wow. This is a bold piece. I'm gonna call this installment Pedestrians Dilemma a dwelling. Stop it, man. You're killing me here. Hm. It's calling attention to the upcoming release of Thy Heroic Orchard 3. Some sort of video game. Und da ist immer was. So I suppose I could sift through all the rubbish in that bin. If you think it's absolutely necessary. Ja. Vielleicht ist ja doch was Nützliches dabei. Hm. And there was nothing there but a lot of smelly rubbish. Na toll. Somewhat derivative in my opinion. Reductive even. I'm gonna call this one encounter nonplussed. Ah, jeez. Okay. Da haben wir noch drei Poster. Looks like there's a air guitar contest about to go down in there. Oh, cash prizes. Very modern. I'm gonna call it Les Apostrophes. No. Apostrophe Redux. That's it. Oh, come on. This is torture. I like this one. I'm gonna call it City in Moonlight, a Twilight Mirage. I could beat you up, you know. Unbehörd either. Ja, das glaube ich dem aufs Wort. Ja, also ich wollte ja eigentlich nicht alles durchgelesen haben, aber irgendwie war es dann doch ganz spannend. Ich würde sagen, da wir jetzt schon wieder weit über der halben Stunde drüber sind, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Dann reden wir in der nächsten Folge noch mit dem überaus netten Herrn hier neben mir. Und ja, da müssen wir mal gucken, was wir dann sonst noch machen. Also wir können ja jetzt schlecht wieder in den Laden reingehen, weil das scheint der Robotertyp ja immer noch zu sein. Und wir müssen irgendetwas finden, was teuer ist, ja, wodurch wir halt viel Geld bekommen. Ja, mal schauen, ob wir das so einfach hinkriegen, weil im Moment fällt mir nämlich nichts ein, außer tatsächlich was aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu bringen. Also sprich etwas, was vergraben werden kann, was wir dann aufheben können, also raus, ausgraben können, so das wollte ich sagen, in der Gegenwart jetzt hier mit ihm. Was natürlich schwieriger ist als gedacht, weil er ja irgendwie nichts da reintun will. Aber gut, vielleicht kriegen wir das auch noch heraus. Ich sag mal einfach, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!